Um ein wenig Übersichtlichkeit zu gewähren, waren im Foucault-Gymnasium nur die Bundestagskandidaten eingeladen worden, die bereits mit ihren Parteien im Gremium vertreten sind. Darunter Maria Michael-Karrenley und Rainer Deutschmann, die in der vergangenen Legislaturperiode die Region dort schon repräsentierten. Obwohl der größte Teil der Jugendlichen in der Aula noch gar nicht wählen gehen darf, nahm man sich Zeit, um Rede und Antwort zu stehen. Ja, ich finde es ist interessant mit jungen Leuten zu diskutieren, wir tun es am Stand, aber hier haben wir eine Gruppe und da gilt auch die Gruppendynamik, diese zu erleben war interessant. Und außerdem möchten wir natürlich den jungen Leuten auch zeigen, dass Politik Spaß machen kann. Weil es immer wichtig ist, die Jugend ist die Zukunft unseres Landes und gerade mit denen sollten wir uns vordergründig beschäftigen. Und ich denke, politische Bildung kann ich früh genug anfangen. Ja, weil es einfach eine tolle Sache ist, Jugendliche zu interessieren für Politik. Und weil ich außerdem sowieso der Auffassung bin, dass Jugendliche auch schon ab 16 wählen sollten. Und das Beste, was man noch tun kann gegen Politikverdrossenheit, ist junge Menschen für Politik zu begeistern, mit ihnen gemeinsam zu diskutieren, welche Fragen, welche Probleme und welche Sorgen sie haben. Von den jungen Leuten angesprochen wurden natürlich Themen, die vor allem ihre Generation bewegen. Die Bildungspolitik mit ihrem derzeit akuten Lehrermangel, die Legalisierung sogenannter weicher Drogen wie Cannabis und die oft diskutierte Möglichkeit, das Wahlalter von 18 auf 16 zu senken. Was sich auf dem Podium dazu entwickelte, kam offensichtlich an. Das hat mir eigentlich insofern was gebracht, dass ich mich in meiner politischen Meinung bestärkt fühle. Ich fand es aber sehr interessant, auch die Meinungen der anderen Parteien zu hören, die ja teilweise auch gar nicht so weit voneinander abrücken. Aber es war auch interessant, diese Wechselspielchen zwischen Schwarz-Gelb und Rot-Rot-Grün zu sehen, die sich immer mal wieder gegenseitig behakt haben. Das war eigentlich ganz interessant und auch ein wenig amüsant. Ja, dass ich zum Beispiel mir jetzt mehr die Politik-Sachen angucke, mir mal das Interesse mehr zeige und dass ich mir halt auch mal die Gedanken darüber mache, was sie so gesagt haben und wie ich das selber sehe, weil ich bin ja auch in zwei Jahren, bin ich ja 18 und da will ich ja auch wählen gehen. Und da muss ich mir, also will ich mir mehr Interesse zeigen, was sie heute alles gesagt haben. Das fand ich auch sehr, sehr interessant und deswegen will ich da mir auch mehr Gedanken darüber machen. Also man hat auf jeden Fall einen kleinen Einblick hier in die Politik bekommen. Hat mich auch sehr interessiert, welche Themen hier angesprochen wurden. Vor allem auch, was die Schüler angeht, was für uns unsere zukünftige Bildung angeht. Und ich finde, das war auf jeden Fall ein großes Thema hier. Und man kann auf jeden Fall sehr viel mitnehmen für die Zukunft. Im Fokro-Gymnasium hätte übrigens Ilko Kessler von der SPD das Rennen um das Direktmandat gemacht. Wie es am 22. September in unserem Wahlkreis letztlich aussieht, wird sich zeigen.